Kino ist ja immer eine Wunscherfüllungsmaschine. Spielst du auch damit? Im Film ist es selfish, greedy, horny. Die drei Dinge, die weiße Männer ausmachen. Deswegen ist ja die Tatsache, dass sich die Geister an deinem Film scheiden, ein Beweis dafür, dass er richtig ist. Die Täter-Opfer-Frage ist nicht einfach zu klären. Es gibt noch nie mal einen Tatort. Also es ist alles global verschwommen und so weiter. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer Extra-Folge bei Zeitverbrechen, in der wir über das Making-of der Filme reden wollen, die heute bei RTL Plus veröffentlicht werden. Wir haben heute in der einzigen der vier Sonderfolgen Zeitverbrechen, die wir zur Verfilmung aufnehmen, nicht nur den Regisseur zu Gast. Herzlich willkommen, Faraz Shariat. Hallöchen. Sondern auch den Autor des Ursprungstextes bei uns in der Zeit. Herzlich willkommen, lieber Henning Susebach. Hallo. Ich finde total spannend, wie unterschiedlich ihr euch dem Thema Liebesbetrug in dem Film Love by Proxy, um mal den Titel zu nennen, beziehungsweise in dem Text genähert habt. Faraz, wir sind in deinem Film am Anfang in Ghana und wir folgen in den ersten Minuten einer wirklich wunderschönen Frau, die ein bisschen so aussieht wie eine Pornodarstellerin, dabei, wie sie das Erbe ihres Stiefvaters auseinanderbringen möchte. Und dabei muss sie so ganz viele Hindernisse überwinden. Da spielen Betrüger eine Rolle, Unfälle und so weiter. Morde. Morde. Und ich habe mich gefragt, ist das eine falsche Fährte? Also legst du eine falsche Fährte, um die Zuschauer bewusst auf die falsche Spur zu locken, um so einen super interessanten Plottwist zu haben? Oder bebilderst du die Fantasie des Betrogenen, des Gescampten? Also Kino ist ja immer eine Wunscherfüllungsmaschine. Spielst du auch damit? Ich glaube, beides. Also ich glaube, die Idee oder das Konzept des Films war, wir erleben die ersten Hälfte des Films aus der Perspektive des Gescampten. Also wir committen uns zu der Wahrnehmung, zu dem Gefühl, in einer Beziehung zu sein mit einer wunderschönen jungen Frau, die jetzt sozusagen das Erbe, das so wie so der Kickstart, deren Beziehung jetzt sein soll und ja, nach Hause bringt, nach Deutschland bringt. Und er ist da irgendwie per Telefon, per Chat oder so mit ihr in Kontakt. Also genau, wir wollten eigentlich vor allem seine POV bebildern, so wie er sich das so vorstellt. Point of View, also seine Perspektive. Voll. Also die Idee war immer auch so ein bisschen so daran zu gehen, dass es sein könnte, als würde man Lee Thomas, die Protagonistin, in das Bild reingefotoshoppt haben. Also dass da immer so ein kleiner, so eine Diskrepanz ist zwischen der Welt, die sie umgibt und ihr, wie sie aussieht und da drinnen so in Erscheinung tritt. Das ist ja nicht nur die Perspektive, die eingenommen wird, sondern es ist, der Zuschauer weiß ja gar nicht, in welcher Perspektive er sich befindet. Er wird ja erst mal genasführt in einer unglaublichen Weise, bevor ihm dann so wie dem Protagonisten selber klar wird, das ist hier alles eine Riesenscheinwelt. Total. Und es ging auch viel darum, sozusagen, unser Protagonist heißt Ralf, er ist so 60, 65, lebt alleine als Witwer in Deutschland. So mein Alter. Hat aber nichts mit dir zu tun, Sabine, der Ralf. Ja, und irgendwie waren wir dann immer so, okay, er hat wahrscheinlich so ein bisschen so ältere Hollywood-Filme gesehen, Action-Thriller und wir wollten halt, dass es sich einerseits an so einem US-amerikanischen, bisschen so altmodischen Kino oder so orientiert, Film Noir oder so spielt da so eine Rolle und dadurch sind die Kostüme auch alle so ein bisschen exaltiert und drüber. Und ich glaube, da hoffentlich auch schon früh dann so ein Eindruck beim Publikum entsteht von irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwie ist das alles so inszeniert und so in Anführungsstrichen irgendwie. Und ja, da geht es dann natürlich viel um die Fantasie des Gescamten, was er da aus diesen Puzzlestücken in seiner Imagination macht. Und Henning, im Gegensatz dazu beginnt dein Text im Wohnzimmer dieses Mannes, der im Film Ralf heißt. Wie heißt er denn in deinem Text? Also bei mir heißt er Herr K., weil sein Nachname mit K begann, beginnt, ich den aber nicht ganz nennen wollte. Und du schilderst ganz genau, wie ihm der Erdbeerkuchen, den er anlässlich eures Besuches besorgt hat, auf die Häkeldecke fällt. Und du siehst in diesem Fallen des Erdbeerkuchens, ich glaube, du schreibst ein rot-weißes Ärgernis. Du siehst darin, und er selber sieht auch darin, eine Metapher für sein ganzes Leben, dass er es nicht schafft, alleine, dass er eine Frau braucht. Warum hast du dich entschieden, so einzusteigen in diesem Fall? So eine Recherche für so einen langen, ausführlichen Zeitungsartikel dauert ja ewig. Und man wird im Laufe einer solchen Recherche immer klüger, was den Fall angeht. Und ich wollte aber am Ende wieder zurück eigentlich in diese Ausgangsperspektive dieses Mannes kommen, um mich nicht über ihn zu stellen, sondern um zu sagen, wir fangen wieder genau so an, wie wir beide angefangen haben, diesen Weg, den wir zusammensuchend gegangen sind. Und deswegen habe ich so angefangen, wie es auch wirklich anfing, quasi chronologisch. Mit diesem Mann, der aufgeregt ist, dem das Stück Erdbeertorte, das er für den Journalisten Besuch besorgt hat, auf die Decke fällt. Und der dann aber auch selber sagt, ich schaffe das nicht, ich brauche eine Frau. Das ist ja nicht meine Meinung. Man merkt natürlich dann auch, dass mit dem Ralf oder dem Herrn K. irgendwie was nicht stimmt, dass der so ein bisschen neben der Welt steht. Das ist ja keine totale Solidarisierung. Man ist schon leicht irritiert. Und im Endeffekt fällt mir jetzt auf, haben, glaube ich, Farras und ich eine relativ ähnliche Perspektive eingenommen, nur anders bebildert. Nämlich wir fangen mit dem Blick dieses Mannes auf die Welt an. Hast du, Farras, in deinem Film, hast du gerade nochmal auf diese Einstiegsszenen, die ja wirklich so unfassbar beeindruckend ist und wo man echt am Anfang so denkt, wow, was ist das denn jetzt? Also wenn man so will, fängst du ganz laut an und Farras und du, Henning, fängst ganz leise an. Das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Deswegen würde ich gerne noch so einen Moment bei dem Einstieg bleiben. Ist es denn so, dass du dich dafür entschieden hast, das hat ja so eine B- oder C-Movie-Ästhetik am Anfang, ne? Ist es auch so, weil die Fantasien von Ralf auch so eine B- oder C-Movie-Qualität hat? Also korrespondiert das irgendwie? Ja, also voll. Ich glaube, was da halt natürlich sozusagen noch dazwischen steht oder wie so die Brücke schlägt, ist natürlich das Material, das der Scammer liefert. Also Early Thomas, diese fiktive Figur, die der Scammer aus Ghana entwirft, findet sozusagen ihren Weg in Ralfs Leben durch sozusagen schlecht gefotoshoppte Bilder, durch super billige SMS-Nachrichten oder Internet-Nachrichten. Und ich glaube, dass ich das spannend fand, diese Ästhetik oder diese Haptik von diesem Material, also den Fotos und den schlechten Aufnahmen. Also man muss sich wirklich vorstellen, da sind Goldbarren, die dann irgendwie neben einer Frau, die unproportional groß daneben steht, zusammengefotoshoppt, dann auf Ralfs Küchentisch liegen. Das ist das Material, mit dem seine Imagination loslegt. Und ich glaube, das irgendwie sichtbar zu machen, war auf jeden Fall ein großes Anliegen. Das Irre, das Irre sichtbar zu machen. Ja, voll. Und irgendwie auch aber sozusagen so die, das Geschichten erzählen selbst. Also ich glaube, so dieses, ich bin halt schon auch, also ich, BC-Movie finde ich gut. Ich finde auch so Nollywood oder so war auch eine Sache. Das ist so ein nigerianischer Entwurf von Hollywood. Also sehr, sehr so viel Handkamera, viel sozusagen so einfache Mittel, aber ganz große Effekte, ganz große Geschichten sozusagen. Und das, also ich glaube, mir geht es schon auch darum zu sagen, so wie sich das für Ralf anfühlt, das ist auch laut. Das ist super bombastisch. Also da ist diese Wunderschöne, das ist, er ist one in a million. Also er ist der eine Mann, der diese Frau gefunden hat und alle anderen halt haben sie nicht. Und ich glaube, das, also das fühlt sich wahrscheinlich auch krass an. Sag mal, wie hast du denn diese fantastischen Schauspieler gefunden? Also das ist eine, nicht nur die Early Thomas, sondern auch und gerade die schwarzen Schauspieler sind ja unglaublich toll. Sie sind sehr intensiv, aber sie sind auch wahnsinnig sympathisch, obwohl man weiß, es sind Verbrecher. Ja, ja, voll. Ja, also ich meine, das ist Lisa Stutzki und Maruko Kuatzi. Das sind unsere beiden Caster, die haben zusammengearbeitet. Maruko hat vor allem die ghanaischen Schauspielenden gecastet und Lisa die deutsch- beziehungsweise sozusagen europäischen. Und das war ein, ja, sehr langer Prozess irgendwie. Wir hatten als erstes Ralf und dann aber auch Early relativ schnell. Sie ist eine dänische Schauspielerin. Und das war aber, also ich fand es total schwer, wirklich so, wo, in dem Moment, wo man es bebildern muss, entwirft man ja dann sozusagen auch so ganz klare, eindeutige Bilder von wie sieht denn jetzt diese Frau aus? Was für eine Weiblichkeit oder Femininität zentrieren wir da so? Und ich glaube, da haben wir uns schon so ein bisschen auch wegbewegt, vielleicht von dem wie der Ralf oder die Recherche. Also ich glaube, dieses so ganz dicke Brüste und tiefe Ausschnitte und so, das kann man machen, aber irgendwie haben wir uns dagegen entschieden und gesagt, okay, vielleicht, ja, guckt man mal so was vielleicht auch mit unten, wo wir dann vielleicht auch nochmal sichtbarer sind als Filmschaffende oder so. Aber ja, vor allem die ganasche Seite, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das war, da gab es wahnsinnig viele tolle Schauspielende. Wir haben aber auch zum Teil mit Leuten gearbeitet, die nicht so viel gespielt haben, sondern eher so aus dem Model-Kontext. Es gibt halt wenige Jobs und wenige Möglichkeiten, sich wirklich so, ja, auszuprobieren und so. Und war aber krass cool zu merken, wie viele tolle Menschen da sind. Ja, und ihr habt die Sandra Höhler gekriegt, die ersten die gekriegt, für eine kleine Nebenrolle. Ja, das ist irgendwie, manchmal hat man Glück und das hat dann vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie man so auf die jeweilige Arbeit resoniert oder so. Ich glaube, sie mochte meinen ersten Kinofilm. Hast du ihr geschrieben oder hast du sie angerufen, kennst du sie? Ja, ich habe ihr geschrieben, ja, genau. Ich habe, das ist dann so, dann schreibt die Casterin der Agentur und ich schreibe noch einen kleinen Liebesbrief und dann sagt man, hey, ich finde deine Arbeit total toll und mag, wie du spielst und würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und dann, ja, sie hatte, glaube ich, Lust, also sie hat sich gefreut. Ja, sie macht das ja auch super. Mega. Also sie ist ja ein richtiger Hingucker in diesem Film. Ja, sie hat nur eine Nebenrolle, aber ich finde, sie überstrahlt wirklich den Film. Ja. Es ist aber eine wichtige Rolle, weil die Rolle ist die Perspektive des Publikums, glaube ich. Genau, es ist die Perspektive des Publikums. Sie spielt ja die Tochter, das Ralf, die die ganze Zeit so sagt, Papa, es stimmt nicht und komm mal runter. Und als sie dann einmal denkt, er hat es verstanden, sagt sie so, ja, das kann doch jedem passieren. Also sie baut eben eine Million Brücken, aber er geht einfach diese Brücken leider nicht. Ja, ich glaube, das ist auch, also ich habe ja den echten Ralf gar nicht kennengelernt, so, aber ich kann mit, ich habe das in so Grundzügen, vielleicht auch in so familiären Kontexten mal mitbekommen, mit so, wenn Leute einfach in so Verschwörungstheorien oder einfach in so einer Wahrheit gefangen sind, wo man von außen einfach sagen kann, das ist Bullshit. Ich glaube, das muss so gruselig sein. Tja, aber sind ja das nicht alle. Ja. Aber deswegen bin ich auch als Zuschauer dir total dankbar für diese Rolle, die der Tochter, die Sandra Hüller übernimmt. Und jetzt will ich nicht zu vermessen klingen, aber ich habe mich in ihrer Position auch wieder erkannt, also wie das Publikum. Man sitzt ja da und versteht eher als Ralf, da stimmt was nicht. Und dann kommt man als Journalist in eine besonders schwierige Rolle. Die Tochter kann sagen, Papa, du bist auf dem Irrweg. Und ich sitze dann da aber und möchte ihm das auch sagen und gleichzeitig muss ich ihn aber erzählen lassen und muss ihm ja erstmal seinen Glauben lassen, damit er mir von seinem Irrglauben, seiner Irrfahrt berichten kann. Und das sind so Schlingerwege, die ich eben bei Sandra Hüllers Rolle wiedererkannt habe. Und diese Qualen, die kann man sehr gut nachvollziehen, glaube ich, auch als Publikum. Erzähl uns doch mal was von dem echten Ralf, von dem Herrn K. Mich würde auch interessieren, wie er darauf reagiert hat, auf deine Rechercheergebnisse. Aber ja, ich bin auch voll gespannt zu hören, wie du überhaupt auf ihn gekommen bist. Sollen wir der Einfachheit halber einfach auch von Ralf reden, damit der Kopf platzt? Also ja, zu dem Fall kamen wir ja dadurch, dass du, Sabine, eine E-Mail bekommen hast von einer Zeitverbrechenhörerin. Und die wies uns auf einen Ralf hin, einen guten Freund, der ihr komplett entlitten sei, in eben so eine imaginierte Beziehung. Und ob ich mir das nicht mal anschauen könnte. Und ich habe dann mit diesem Ralf Kontakt aufgenommen, der sich auch schon an die Polizei gewandt hatte, an die deutsche Botschaft. Aber immer in dem Wunsch, seine Early aus diesem für ihn verkommenen, runtergekommenen Ghana zu retten. Also die seine Hilfesuche war, und deswegen hat er dich ja überhaupt auch nur reingelassen, weil er dich in seinen Traum einbauen wollte. So genau. Er wollte jetzt nicht sagen, ich glaube, ich bin da einem Verbrechen aufgesessen, helfen Sie mir. Sondern er folgte der Geschichte, da war seine Early schon in New York. Die Geschichte meandert ein bisschen anders als im Film. Und er wollte eigentlich, dass ich nach New York reise und dort seine Frau, seine Early rette und zu ihm bringe. Und das war relativ früh klar, dass das nicht klappt. Und da musste ich ihm immer schon beibringen, auch ich, da stimmt was nicht, das stimmt so nicht. Und er schafft es aber immer wieder mit irgendwelchen Details, an die er fest glaubte, zu sagen, dass ich auf dem falschen Weg sei. Und auch er hält bis heute daran fest, dass wir all unser Geld für diese Recherche, die Reisen nach Ghana, falsch ausgegeben haben. Ich hätte nach New York fliegen müssen, weil dort ist sie in der Erzählung, die ihm vorgespielt wurde bis heute. Ja, ich glaube, da steckt auch ein extrem wichtiger Punkt drin, der auch mit Sandra Hüllers Figur, der Tochter, irgendwie zusammenkommt. Nämlich, Ralf entscheidet sich für die Fiktion, er entscheidet sich für die Lüge. Und ich glaube, das muss man einfach so klar sagen, dass deswegen auch so Opfer-Täter-Figuren oder Rollen in diesem Fall für mich zumindest, und ich glaube auch, so ist ja dein Text auch angelegt, so nicht richtig greifen. Also jemand, der willentlich immer wieder, ich sag mal, einen Service bucht, in dem ihm eine Geschichte vorgeschrieben wird, sozusagen, in dem er ein Superheld ist, obwohl Leute darauf hinweisen, dass es nicht echt ist oder dass er gescammt wird, hat schon auch eine Form von Mitschuld, meiner Meinung nach. Naja, es ist natürlich so, wenn die Realität für dich nichts bereithält, dann flüchtest du dich in Scheinwelten. Und das ist eher ein Zeichen von Traurigkeit und von Einsamkeit. Es wird ja auch in deinem Film klar, dass er ja von dieser Tochter nicht nur auf den rechten Weg zurückgeführt werden soll, sondern dass sie ihn auch im Stich lässt, nicht? Also er ist ja, sie kommt ja nicht, sie lässt ihn ja hängen. Ja, ich glaube, das ist genau so dieses Verhältnis von so der Empathie und der Traurigkeit, die dahinter steht, auf Ralfs Seite. Und aber gleichzeitig, glaube ich, auch eine, ja, sozusagen, sage ich jetzt mal so, narrative Schwierigkeit, dass sozusagen so diese Beziehung von Europa und Afrika als Kontinent, aber jetzt Deutschland und Ghana, sozusagen im Spezifischen, glaube ich, einfach, wenn es um so Raub oder Scamming geht oder so, einfach für mich sehr schwer war zu greifen, weil ich nicht so eine Seite, keine Seite einnehmen wollte. Zumindest auch nicht Ralf als jetzt das armselige Opfer, das hier ausgeraubt wird oder so zeigen wollte. Dazu kommt ja noch, dass wir hier alle vier, die wir hier sitzen, ja auf unterschiedliche Art und Weise Geschichtenerzähler sind. Mal auf Recherche basiert, mal eher fiktional. Und natürlich empfinden wir auch, glaube ich, eine Hochachtung für die Geschichten, die dieses Kemmer in Ghana erfinden. Und gleichzeitig, also ich würde dir überhaupt nicht widersprechen, was Täter-Opfer angeht, ich musste mich aber auch ein bisschen in Schutz nehmen davor, dem Reiz, dessen zu erliegen. Also ich stimme dir total zu, da bucht jemand wie Ralf im Prinzip eine Serie und lässt sich unterhalten. Man kann jetzt sagen, das ist genauso wenig Opfer sein, vielleicht ist es sogar ärgerlicher, wenn ein gleicher Ralf wissentlich sein Geld auf Sylt versäuft. Das kann genauso Geldverschwendung sein und Einsamkeit. Es gibt natürlich aber auch andererseits Fälle, da haben sich dann Leute wirklich suizidiert. Deswegen würde ich ab und zu doch an dem Wort Opfer festhalten, nicht grundsätzlich. Und womit ich auf der anderen Seite bei aller Faszination für diese tollen, fantasievollen Geschichtenerzähler ein Problem hatte, war, dass einige sich wirklich erhöhen zu historischen Rächern und sagen, wir holen das Gold zurück, was uns genommen wurde. Da ist was dran, historisch im Kontext, aber sie geben es nicht weiter. Es sind ja keine Robin Hoods. Die bauen sich dann halt da, wo ich war in Ghana, die großen Villen. Es ist jetzt nicht so, dass ganz Ghana davon profitiert. Dann werden meine Sympathien auch noch größer, muss ich gestehen. Aber das kommt ja im Film auch vor. Im Film geht es sogar noch weiter, dass die Betrüger Betrogene sind. Oder wahrscheinlich Betrogene sind. Das bleibt ja so ein bisschen im Ungewissen. Genau, hinterher mit der Goldmine, dass man denkt, ah, der kauft auch eine Goldmine, die es nicht gibt. Aber ich finde, in deinem Film eine Szene ist mir ganz besonders in Erinnerung, die auch darauf anspielt. Und zwar sagt er das ja, also der Scammer sagt das ja bei einer Party. Und dann sagt eine Frau, die dabei steht und ihm so zuhört, also er sagt, das ist sozusagen die Rache und die sind doch selber schuld und so weiter. Und sie sagt, das glaubst du doch selber nicht. So was sagt sie ja in dem Film. Ja, voll. Ich glaube halt auch, dass sozusagen in so einem, so wie ich das wahrnehme, es gibt so diese persönliche Gegenwart, in der man dann halt sozusagen genauso eigentlich viral vielleicht auch unter äußeren Zwängen leidet, ob das jetzt Einsamkeit ist, Isolation oder halt finanzielle Not so und Entscheidungen fällt. Und in diesem Fall halt dann sagt, okay, ich scamme jetzt oder ich hole mir jetzt irgendwo anders einen Job, den ich hier nicht finde so, nenne ich im Internet. und dann gibt es sozusagen eine historische vielleicht Einbettung oder so, die glaube ich dann aus der Gegenwart heraus vielleicht in diesem Einzelfall eher eine Argumentation wird oder so, aber vielleicht jetzt im Einzelfall nicht so eine, also ich verstehe total, dass man da irgendwie so Probleme mit hat, dass es irgendwie so eine Erhöhung dann gibt oder dass das dann rechtfertigt, dass man zu sozusagen so Raub oder so. Ja, Sie reden ja auch Ihr eigenes schlechtes Gewissen damit runter. Ja, genau. Aber ich finde halt genau diesen Punkt eigentlich total spannend, dass man so, weil die Person, die widerspricht, und das glaubst du ja selber nicht, die hat halt einen Job und die hat sozusagen auch eine Möglichkeit, anders Geld zu verdienen, gefunden. Und das kann man wiederum aber auch besprechen natürlich, weil ich glaube, wo es mir halt voll wichtig war, auch irgendwie deswegen habe ich diesen Griff dann gehabt, dass es nochmal eine Suggestion gibt eines Betrugs, die der Scammer selbst erlebt vor Ort, ist, dass Länder wie Ghana sind halt auch von Korruption betroffen, sozusagen wie Wirtschaft dort funktioniert und wie auch vielleicht Zugang zu Ressourcen oder zu Minen oder zu großen Geldquellen sozusagen. Da sind auch noch koloniale Realitäten präsent. Also ich glaube, das spielt halt auch eine Rolle, dass bis heute hin gewisse Monopole oder so einfach in westlichen Händen liegen. Da würde ich gerne anknüpfen, wenn du sagst Monopole in westlichen Händen. Und das finde ich in deinem Film wie auch in dem Ursprungsfall auch so wahnsinnig spannend. Gar nicht so sehr diese Unterströmung, wir haben uns unser Gold geraubt, wir holen uns das zurück, sondern dass ja nach wie vor dein Ralf, mein Herr K., als Paradebeispiel des alten westlich geprägten Mannes auch wirklich die Illusion pflegen, sie sind 70, sie sind 80 und eine junge, hochattraktive Frau würde sich für sie interessieren. Und das ist denkbar. Und das wird gar nicht in Zweifel bezogen. Auf dieser Selbstüberschätzung beruht ja das ganze Geschäft. Na, bei Murdoch funktioniert es. Der ist schon 90. Ja, man muss eben eine Milliarde haben, dann ist man auch mit 90 noch interessanter. Und diese Milliarde, diese Milliarde... Weil je näher man dem Tode rückt, desto interessanter wird. Und diese Milliarde hast du eben auf der nördlichen Halbkugel eher als auf der südlichen Halbkugel. Und das fand ich schon erstaunlich, wie viele Spiegel man da vorgehalten bekommt und dass der Selbstzweifel da wirklich sehr, sehr spät einsetzt. Das ist auch mega witzig einfach, weil es gibt diesen Moment auch im Film, es ist selfish, greedy, horny, die drei Dinge, die weiße Männer ausmachen so. Und ich glaube so, diesen Hybris zu haben, also es ist einfach witzig. Und ich glaube so dieser, so eine gewisse Art von Humor oder Komik auch in dieser Situation zu erspüren, war schon auch ein Anliegen von uns. Es ist ja auch komisch. Es ist tragik komisch. Ja, voll. Es ist eine richtig gute Comedy-Figur auch. Man hätte es auch full on als Komödie erzählen können. Und darauf, finde ich, muss man wiederum aufpassen. Das war so für mich ein Fallstrick. Ich weiß nicht, welcher deiner war, dass ich so dachte, am Ende befindet man sich ja einer Recherche oder eines Filmprojekts in so einer Vogelperspektive. Und man hat den Stoff in so einem Körbchen beisammen, glaubt es zumindest und kann ihn überschauen. Und dann aber sich Häme zu sparen und eben nicht jemanden zu komisch zu zeichnen, das fand ich jetzt beim Schreiben wahnsinnig kompliziert. Und vielleicht bin ich auch deswegen in die Anfangsszene zurückgegangen, weil ich dachte, man muss erst mal da beginnen, wo wir alle beginnen. Ja, ich glaube, der Schauspieler, der Ralf spielt, der ist auch ein komödiantischer Schauspieler. Also der hat viel der Funny Bones. Und der hat ein sehr gutes Gefühl dafür, weil ich glaube und er auch, Jan-Henrik Stahlberg heißt er übrigens. Und der ist übrigens auch gar nicht so alt, wie er im Film ist. Nee, das war ein großes Thema, weil er ist auch nur, glaube ich, fünf bis zehn Jahre älter als Anna Hüller. Ich will nur seine Ehre retten, dass er jetzt hier nicht als 80-Jähriger ist. Aber Jan war ein richtig toller Schauspieler. Er hat ihn richtig althergerichtet. Ja, genau. Und haben echt auch Spaß gehabt dabei. Und ich glaube, dass die beste Komödie ja eigentlich in einer total dramatischen und ernsten Spielhaltung liegt sozusagen. Und das Komische entsteht weniger, glaube ich, in der Zeichnung oder so oder in der Inszenierung, sondern in der Situation und in der Diskrepanz zwischen dem Außenblick, den man halt einfach einnimmt, weil man anders diese Fakten deutet. Und das ist ja natürlich auch noch so ein bisschen so das Tragische. Hattest du Sorge, irgendeiner dieser angesprochenen Parteien nicht gerecht zu werden oder eine von dir ein bisschen wegrücken zu müssen, weil sich so eine natürliche Sympathie ergeben hat? Auf jeden Fall. Und es ist auch was, was, glaube ich, bis heute mich noch beschäftigt an diesem Projekt. Also ich hatte, das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, dass eine Sichtbarkeit von schwarzen Menschen oder ghanaischen Menschen, die in Afrika so aufgewachsen sind, einfach, da ist eine extreme Leerstelle sozusagen und es gibt sehr wenig Repräsentation. Deswegen liegt sozusagen eine Bürde auf der Schulter derjenigen Projekte, die in sozusagen Orten wie Ghana oder so erzählen und eine Verantwortung. Und jetzt eine Story zu erzählen, in der man sogar dann auch noch ein Verbrechen erzählt sozusagen, in dem ein Mensch aus Ghana scammt, schlägt natürlich voll in eine Kerbe von bestimmten auch sozusagen Narrativen oder Rhetoriken oder so. Vorurteilen. Vorurteilen. Und ich glaube, das ist schon eine krasse Challenge gewesen, da einen empathischen und irgendwie auch, ja, fairen Umgang mitzufinden oder so. Aber trotzdem ehrlich. Ja, genau. Es wird ja auch nicht klein geredet. Aber es ist halt schon so, also im Nachhinein frage ich mich jetzt schon so, ah, hätte man vielleicht im Film einfach aufgrund dieser sozusagen Wirkmacht und so Strahlkraft und so vielleicht doch noch mal mehr aus der POV des Scammers erzählen können? Was meinst du damit? Ich meine sozusagen, jetzt gerade haben wir die erste Hälfte eigentlich, verbringen wir Zeit in der Imagination des Gescamten und in Ralfs Perspektive. Und es hätte ja auch ein Film sein können, in dem man die erste halbe Stunde damit verbringt, das Leben von dem Scammer zu zeichnen. Und er ist die ganze Zeit in dieser Liebesbeziehung. Man weiß nicht genau, wer ist dieser Mann? Und geht eigentlich viel mehr noch rein in die Realität und die Situation, in der er sich so befindet und aus der heraus er scammt. Und ich glaube, ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es dem Fall und auch dem Artikel sozusagen oder der Recherche so sehr, sehr treu. Und das finde ich auch, glaube ich, würde mich interessieren, wie du das so siehst. Aber genau diese Verantwortung und diese Balance, das ist was, was mich immer noch auch so beschäftigt auf jeden Fall. Aber mir ging es so, wenn ich das sehe und in der ersten halben Stunde auf den bösen Ghana reinfalle, begegne ich ja meinen eigenen Rassismen. Und nicht deinen. Also eigentlich bist du doch ganz fein raus, oder? Das ist so ein bisschen natürlich das, was ich dann auch so mir gedacht habe. Aber dann ist ja diese Frage von, okay, wie viel reproduziert man auch und braucht man das dann wirklich, muss man nochmal die Leute darauf hinweisen, dass es bestimmte sozusagen Vorurteile gibt oder so. Und ja, ich glaube auch, dass sozusagen am Ende des Tages das ein Versuch ist und dass auch gewisse Widersprüche man auch aushalten muss und das, also so, aber ja. Wie waren denn die Reaktionen auf den Film in Europa und in Afrika? Ja, wir haben in Ghana den Film noch nicht gezeigt. Der ist ja auch hier noch nicht, also da kommt er jetzt heute raus, bei der Berlinale. Ihr habt ja einen riesen Auflauf gehabt und im großen Zoopalast wurde der gezeigt. Ja, und das ist halt, also die Reaktionen, aus denen heraus spreche ich natürlich jetzt auch so und waren voll unterschiedlich. Also insgesamt hatte ich das Gefühl, dass so dieser Wille zu unterhalten, der meinem Film auf jeden Fall voll zugrunde liegt, voll ankommt und viele Leute auch echt so sind, ah, es war voll spannend, es hat voll Spaß gemacht. So, das finde ich voll toll. Ich glaube, dass viele auch diese so Ambivalenzen in der Geschichte und wer ist jetzt Opfer, wer ist Täter, dass das sich auch transportiert und auch, dass sozusagen auch Empathie und Mitleid mit so Ralf trotzdem möglich ist, ist, glaube ich, das freut mich, weil davor hatte ich immer Angst, dass man nicht so mitfühlt, auch mit Ralfs Perspektive. Es gibt aber auch Leute, die so waren, boah, ich habe es gar nicht gefühlt. Ich fand es irgendwie sehr anstrengend und auch echt schwierig, dass man so krass in diese so, der Kriminelle aus Ghana, der jetzt sozusagen... Also die politisch korrekten Geister haben dich belästigt. Das ist doch die Wahrheit. Nein, so würde ich das gar nicht... Natürlich, du bist mit der Political Correctness, du hast einen Film gedreht, der fair ist in beide Richtungen, aber der auch die Tatsachen zeigt, die der Henning recherchiert hat und jetzt hast du es mit der Political Correctness deiner Branche zu tun bekommen. Ich glaube, da haben wir einfach sehr unterschiedliche Perspektiven draus. Ja, ich kriege diese Briefe auch. Ja, aber ich glaube, ich bei mir... Und sie hängen mir zu den Ohren heraus. Aber warum ist das so? Also, weil ich glaube, bei mir ist es... Weil diese Leute in demselben Film sind, in dem Opa K. ist. Sie sind in einem Film, sie haben eine Realität, die es nicht gibt oder die sie gerne hätten. Und jeder, der ihnen dabei in die Quere kommt, so wie zum Beispiel Henning, diesem Opa, der wird dann ausgeblendet. Da heißt es ja, du spinnst. Ich glaube, ich sehe so meine Aufgabe als Filmemacher darin, oder so verstehe ich meine Praxis zumindest, dass halt ich versuchen will, so gerade dann, wenn Kritik kommt, die mich berührt oder vielleicht auch wütend macht oder so, ich besonders gut zuhören will. Und in dem Fall war es so, dass ich voll die emotionale Reaktion darauf hatte. Die erste war, mich zu rechtfertigen und zu sagen, ey, aus den und den Gründen habe ich das gemacht, das habe ich mir dabei gedacht. Aber am Ende des Tages, so ein Werk oder eine journalistische Arbeit, ein Podcast, was auch immer, steht ja in einer medialen Realität neben ganz vielen anderen sozusagen. Und gerade in unseren heutigen Zeiten, ich meine jetzt in dieser ganzen Migrationsdebatte, das sind solche Beziehungen, die auch real sind. so, wie wird da gesprochen, was bekommt Aufmerksamkeit, wie fühlen Menschen sich eh schon sozusagen in einer Situation sozusagen, wo viel Hetze gegen whatever, was auch immer die Gründe sind. Ich glaube, da eine Sensibilität zu haben und ein Ohr, glaube ich, für Gefühle und auch sozusagen Kritik, ist einfach was. Das ist mir völlig klar. Das ist mir völlig klar. Ja, und ich finde, dass der Film dem genau gerecht geworden ist. Genau, und das ist aber sozusagen, ich habe den Film die ganze Zeit aus einem Gefühl heraus gemacht von so, ich glaube, ich habe die Tools und ich glaube, ich bin ausgebildet dafür, das zu machen. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Ich glaube, oft geht es in diesen Fragen eher darum, was hat man für eine Identität und das ist Quatsch. Ich glaube, es geht daran, was hat man für eine Sensibilität. Habe ich Skills sozusagen, diese Geschichte zu erzählen? Ich glaube, ich habe sie, aber ich hatte die ganze Zeit trotzdem so ein Gefühl von Unbehagen und Unsicherheit im Prozess des Drehens und Machens. Unter anderem auch, weil wir halt eine deutsche Crew sind, die nach Ghana reisen, dort sozusagen halt eigentlich bestimmte Mechanismen auch reproduzieren. So ist einfach, so hat einfach was mit einer wirtschaftlichen Realität zu tun. Und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung, diesen Film zu machen. Aber weil ich eh schon sozusagen immer diese Unsicherheit hatte, ist es für mich jetzt, glaube ich, mehr daran zu sagen, okay, was kann ich trotzdem noch besser machen? Weil das wird die Arbeit einfach besser machen, als zu sein so, nee, nee, ihr habt es alle nicht gecheckt, ich habe alles richtig gemacht. Ich glaube, aber trotzdem will ich natürlich auch, dass der Film toll ist und dass alle den mögen und dass es irgendwie Sinn macht, was man so für Entscheidungen gefälscht hat. Das ist ja, glaube ich, auch bei diesem Fall das fast Einzigartige, will ich sagen. Also die Täter-Opfer-Frage ist nicht einfach zu klären. Es gibt noch nie mal einen Tatort. Also es ist alles global verschwommen und so weiter. Und man hat überhaupt kein Koordinatensystem. Man versucht aber immer, sich zu kalibrieren und zu sagen, wer ist was, wo stehe ich da? Und ich würde zum Beispiel, was meinen Artikel angeht, heute auch einige Regler minimal anders verschieben. Also ich würde noch nicht mal behaupten, dass man wirklich sagen kann, man hat es ganz richtig oder ganz falsch gemacht. Darum geht es ja auch oft nicht. Das hat man auch nie. Man hat nie alles richtig gemacht, oder? Ja, aber manchmal hat man ein paar mehr Fakten. Und diesmal war es sozusagen eher so eine emotionale Frage, wer ist Täter und wer ist Opfer? Und das ist in anderen Fällen, würde ich jetzt mal naiv behaupten, leichter zu beantworten als in der Sache. Nee, es ist ja gerade das Spannende. Und deswegen ist ja die Tatsache, dass sich die Geister an deinem Film scheiden, ein Beweis dafür, dass er richtig ist. Voll, ich glaube, es ist halt auch, ich glaube auch nur um dieses so richtig-falsch, weil ich das auch total schwierig und uninspirierend finde, in dieser Logik zu arbeiten, weil ich glaube, es geht nicht um richtig und falsch. Ich glaube, es geht wirklich eher um, wer ist sozusagen Adressat, wer sendet was und wie kann man, also wessen Perspektive spielt sozusagen am Ende so, macht die Musik so ein bisschen. Aber ich finde auch, ich will Filme mehr machen, wie über die Leute sich streiten. Also mein erster Film, Foto 3, es war ein Film, der hatte eine sehr Affirmative. Also es ging viel um Vereint und Zusammensein und es ging um Geflüchtete, aber auch um zweite Generation Leute, die hier halt einfach so zusammenkommen und eine schöne Zeit haben, so sehr affirmativ. Alle Leute haben ihn geliebt und irgendwann war ich so, okay, aber ich will auch aufreiben. Ich will auch, dass Leute irgendwie in Widerstand gehen oder es nervig finden oder was scheiße finden. Und deswegen, genau, ich finde es gut, wenn Leute sich streiten über Filme und ich glaube auch, dass wir uns mehr streiten müssen. Was mir extrem viel Respekt abnötigt, ohne Wertung, ob es Opfer oder Täter sind, sondern einfach nur das reine Prozedurale, was ihr in euren beiden Werken beschreibt, diese gigantischen Maschinen, diese Operation. Es gibt ja für den Betrug eine Showrunnerin, es gibt ein Storytelling, es gibt Drehbücher. Ich finde das wirklich unfassbar faszinierend. Das ging mir schon so, als ich deine Reportage gelesen habe, Henning, den Podcast gehört habe und als ich deinen Film gesehen habe, Farras, das ist wirklich echt interessant. Und wie du vorhin gesagt hast, Henning, uns interessiert es natürlich auch, weil wir alle Geschichten lieben, aber es ist wirklich spannend, wie dieses Geschäft funktioniert. Hast du da oder habt ihr da vielleicht beide noch mehr Einblicke bekommen? Also ich muss sagen, ich finde, Henning, du hast auf jeden Fall wahnsinnig viel schon gehabt. Und das war ein krass cooler Ausgangspunkt. Es gab super viele Chats und Bilder und so. Und die haben wir auch eins zu eins eigentlich versucht nachzustellen und zu nutzen. Und ich bin voll bei dir. Also ich glaube, dieses so Behind-the-Scenes davon und wie entstehen diese Nachrichten, wie werden die Urkunden gefälscht und so. Und das sind ja auch wirklich Straftaten, die auch für sich stehen sozusagen. Da werden Hochzeiten inszeniert, online oder so. Ich glaube, das ist eigentlich so der Teil, der am meisten Spaß auch gemacht hat beim Drehen und auch hoffentlich beim Publikum jetzt so. Ich glaube, was ich daran total mag, ist so ein bisschen diese DIY-Mentalität. Also es wird immer, man ist nicht so verkopft, das ist nicht bürokratisch. Der eine kann das, der kann vielleicht gut Grafikdesign, der andere hat irgendwie ein Händchen für Texten und Schreiben und so. Und ich glaube, das ist irgendwie, da steckt so eine, es hat irgendwie was Empowerndes, finde ich so, wie man halt... Hat aber auch was Tragisches, weil eine unglaubliche Kreativität in die falschen Bahnen läuft, nicht weil sie keine andere Möglichkeit hat. Voll. Das ist das Tragische auf der anderen Seite, auf der afrikanischen Seite, diese schlauen Köpfe, die da alle letztlich im Fieber des Scammens untergehen, anstatt wirklich große Unternehmen. Ja, voll. Und ich glaube, so und ich glaube, das andere, was mich daran aber auch total interessiert, ist so ein bisschen eher so dieses Remixen und was dann eher so eine Spezifizität von, glaube ich, auch so 2000er Jahren, in denen, glaube ich, Scamming voll groß war. Also jetzt mittlerweile haben die Leute auch eine andere sozusagen Feinfühligkeit und Sensibilität auch hier in Deutschland, glaube ich, für so Scams. Aber ich glaube, wie da sozusagen Photoshop-Bilder, diese ganz schlechten Google-Images oder so zusammengepanscht werden, ich glaube, das hat einfach eine Ästhetik, die ich auch spannend finde. Also das ist einer der vielen Gründe, warum ich so dankbar bin für deinen Film. Du kannst ja die Bilder zeigen, von denen ich nur erzählen konnte. Und wie das da mit Photoshop zusammengesetzt wird, wie manchmal überzeugend, wie manchmal grotesk schlecht das auch ist und so. Das transportiert der Film ja auf großartige Art und Weise. Auf deine Frage, Anna, wie die Industrie funktioniert, kann ich sozusagen eher so hintergründig antworten. Man muss sich das schon so vorstellen, dass zum Beispiel in Ghana, die haben sich zusammengeschlossen, das macht man jetzt nicht mehr als Ich-AG oder viele nicht. Und dann gibt es, wie in einer Zeitungsredaktion, auch Zuständigkeiten für Text und Bild und aber auch zum Beispiel für Weltregionen. Also die einen stehen halt ein bisschen früher auf, weil es in Irland Abend wird und die alleinstehenden irischen Bauern versorgt werden wollen. und drei Stunden später wird es dann in den USA dunkel oder vier Stunden und dann ist die nächste Schicht dran. Und so detailliert aufgeteilt... Wird rund um die Welt gescampt. Ja, so wie Aktienmärkte auch funktionieren, funktioniert es auch. Und dann wird aber jeweils sozusagen die Sehnsucht von dort gespiegelt. Also der Amerika-Experte muss dann auch über Baseball Bescheid wissen, während der Europa-Experte den aktuellen Bayern-Stürmer kennt. Ja, voll. Und ich finde auch diese Beziehung dann auch von so Stimme und welche Stimme passt dann zu welchem Körper und so, was da auch für krasse Diskrepanzen entstehen und so, ist halt total witzig. Oder manchmal wechselt die Stimme auch einfach, weil gerade eine andere Person besser Zeit hat zu sprechen oder so. Also diese Lücke, dass man wirklich das hinkriegt in der Fantasie, diese Lücken die ganze Zeit zu schließen, das ist ja auch ein Kraftakt auf Ralfs Seite. Und der Fantasie, das gescampt dich, der muss sich ja selbst noch mal zusätzlich belügen. Total. Und da haben wir auch echt viel Spaß bei gehabt in der Umsetzung, immer wieder auch mit diesen so Stimmverzerrern zu arbeiten und so, ja. In meiner Meinung des Filmes wird die Stimme ja im Laufe der Minuten immer männlich, ja? Ist das so? Ist auch so. Absichtlich. Ja, habe ich auch gedacht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich sagen. Könntest du, Farras, mit uns noch mal ein bisschen was teilen zur Entstehungsgeschichte deines Films? Also mich würde zum einen interessieren, wie du arbeitest. Du arbeitest ja, glaube ich, in einem Kollektiv, was das Drehbuch angeht. Und dann auch, was für Vorbilder du für den Film gefunden hast. Also du hattest vorhin schon mal ein bisschen geteilt, dass du dich auch im ghanaischen Kino umgeschaut hast. Aber könntest du dazu noch ein bisschen was? Voll gerne. Also ich arbeite mit Raquel Dugber und Paulina Lorenz als so Kreativteam viel zusammen. Wir heißen Jünglinge und haben nach unserem ersten Film eigentlich jetzt immer weiter auch so Projekte zusammen entwickelt. Das hat verschiedene Formen. In dem Fall war es so, dass Raquel und ich am Anfang so ein bisschen so in so eine Treatment-Arbeit gegangen sind. Und dann aber sozusagen, wie so mit Paulina nochmal eher so wirklich überlegt haben, wir brauchen irgendwie ein Konzept und eine Idee, die dem Ganzen sozusagen nochmal so einen anderen Motor gibt. Und kam dann auf diese, wir gehen einfach in Ralfs Vorstellung und Fantasie. Das war, glaube ich, so der Zündmoment. Und ab dann hat es sich relativ einfach, in Anführungsstrichen, gestrieben. Und ich dann ganz klassisch, glaube ich, einfach erst mal wirklich so viel mit Hennings Recherche in so Treatment-Form und so. Und dann gab es diesen Moment, der bei so einem Projekt natürlich dann schon nochmal eine andere Rolle spielt, wo man voll in so eine zweite Recherche ging. Und viele Leute vor Ort, erst mal per Zoom irgendwie, aber auch Menschen, die hier vielleicht in zweiter Generation leben oder so, getroffen. Und um so ein bisschen so ein Gefühl vielleicht auch zu bekommen, wie man diese Geschichte anreichern kann, wie man vielleicht auch ästhetisch nochmal vorgehen kann und so. Und dann hatte ich, glaube ich, so diese Nollywood-Idee. Da habe ich dann relativ früh auch schon mit unserem Kameramann Simon Wuhn so drüber gesprochen. Aber am Ende wollte ich eigentlich, dass es dann sozusagen so ist, dass es sich nach großem, bisschen übertriebenem, bisschen schlecht gemachtem so US-Kino anfühlt oder so. Weil ich das Gefühl hatte, das ist vielleicht am ehesten das, wie Ralf sich auch sieht, als großer James Bond in dieser so, so, ne? Und deswegen hat auch Ralf, er sieht auch ein bisschen so aus. Also wir haben auch in der ersten Hälfte noch viel mehr Ralf auch überhöht, sozusagen, in dem, wie wir ihn zeigen in dem Film. Stimmt, im Trenchcoat ist er immer, ne? Ja, ja. So mit so großen Glasses und er hat halt auch so einen Oldtimer, mit dem er rumfährt. Später verstehen wir, dass er eigentlich nur so einen Service anbietet, wo er Brautfrauen, wie sagt man das? Bräute. Bräute. Ja, die Geister, ne? Die Bräute rumfährt und so. Und ja, ich glaube, so entsteht dann so ein bisschen so wie so Mosaik, glaube ich, aus ganz vielen verschiedenen Dingen, die man dann so spannend findet und interessant und die dann immer mehr sich ins Drehbuch so reinschreiben. Ich glaube, für Early, das war für mich schwieriger. Also da habe ich ja eben schon so angedeutet, wie man diese Pornoästhetik und Realität in so einen Film dann reinholt. Die hat sie aber nicht. Ja, genau, die hat sie nicht. Sie sieht ja aus wie ein Model. Ja, und sie ist auch ein Model. Ja, aber sie ist schon sehr knapp bekleidelt, finde ich, dass man so schwierig anmerken darf. Also man kriegt diese Assoziation, ist nicht komplett fern, dass sie eine Pornoästhetik sein könnte, oder? Ja, wir waren halt immer so Girl Next Door. Weil es gibt ja auch diese Porno-Kategorie von sozusagen so natürlichen, schönen Frauen, so alles jetzt mal in Anführungsstrichen. Und ich glaube, da, es wäre natürlich auch cool gewesen, so Jennifer Coolidge, White Lotus-mäßig, sie halt so eine richtige, so, ja. Ein Brummer. Ja. So halt. Aber ich glaube, dann wäre es zu früh aufgefallen. Ja, es ist super, so wie es ist, finde ich. Vielen Dank. Ich finde es auch toll, so, weil sie so, auch wieder in Anführungsstrichen, auch so zerbrechlich in diesem ganzen Setting wirkt. Und umso mehr Sorgen muss ich herhalten. Ja, genau, das dachte ich eben auch. Das tat mir auch so leid. Das ging halt so krass gegen meine Instinkte, weil ich immer wieder so, mehr Wein, du brauchst mehr Hilfe. Du bist noch unschuldiger. Du bist irgendwie so, also so, ich habe es hoffentlich ein bisschen besser als Anweisung oder Regie, so gesagt. Aber ich glaube, so diese Idee von einer extrem hilfebedürftigen, fragilen, weißen Frau, die ganz alleine dort ist und die irgendwie auch viel zu... Gegen böse Mächte. Genau. Ich glaube, das zieht halt als Truppe total auch. So habe ich das Gefühl, weil viele Leute, die den schauen, sind dann auch erst mal einfach interessiert an diesem Thriller und sind so, ach ja, was passiert da? Und die muss ja jetzt total in Gefahr sein und so. Aber... Ja, man denkt ja am Anfang gar nicht, dass man bei Zeit Verbrechen ist. Man denkt, man hat sich im Film geirrt. Und dann merkt man erst, oh je, da steckt ja der Henning Susebach dahinter. Was macht der denn da? Schade, dass du kein Cameo hast. Das hätte man noch machen müssen. Ich wollte eigentlich noch sagen, ich habe jetzt deinen Film das dritte Mal gesehen. Und deswegen ist es auch toll, dass man ihn jetzt streamen kann, weil beim dritten Mal habe ich wieder noch Details entdeckt, die ich beim zweiten Mal nicht gesehen habe. Und diese ganzen Anspielungen und so, die machen ganz, ganz große Freude auch. Ja, das bedeutet ja, dass auch unsere Zuschauer es sich häufiger anschauen sollten. Genau. Jetzt sollst du aber noch mal sagen, Henning, welche Anspielungen? Ein, zwei Sachen? Willst du noch mal teilen? Äh, naja, dass gar nicht so viele Schauspieler daran beteiligt waren, wie man anfangs glaubt, ist eins. Das finde ich genial. Das finde ich auch irre. Dann, dass Early Thomas gefragt nach ihrer Lieblingsspeise, Huhn und Reis antwortet, was man einfach in Ghana gerne isst. Rice with Chicken, das ist noch besser. Also Joll of Rice ist es. Und ja, fast hätten wir ihn verloren, als man glaubt, noch zwei Ärzten zuzuschauen. Charlie sagt sie auch oft, die benutzt auch manchmal so Binakula, so sehr so... Fast hätten wir ihn verloren. Da merkt man, jetzt ist ein Knacks in der Politik. Merkens, weil wir den Fall kennen, vielleicht merken es andere auch schon. Also ich will jetzt nicht so erneut mal klug wirken, aber also das sind immer... Und wahrscheinlich könntest du mir jetzt noch zehn andere Sachen nennen, die ich dann beim vierten, fünften, sechsten Gucken entdecken werde. Ja, total. Das hat auch extrem Spaß gemacht. Also auch, dass sozusagen der so Ambulanz-Sound ein amerikanischer ist oder das sozusagen halt so... Also da sind wirklich viele dieser kleinen so Hints drinne schon und das hat total Spaß gemacht. Und auch diese, das wollte ich eben noch sagen, in der Inszenierung von Early Thomas, es hat so Spaß gemacht, diese Telefonate, wo es eigentlich darum geht, dass sie gerade in Lebensgefahr ist, dann auf so einer Pornoart zu spielen. Also dass sie dann trotzdem manchmal stöhnt, manchmal guckt sie sogar in die Kamera und baut sogar Blickkontakt auf. Und so, also ich glaube, diese so... Wir haben das immer Glitches genannt, die halt so immer wieder da reinzubauen, das war schon Spaß. Also ich bin euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ihr uns diese Einsamkeit der älteren Männer und den Betrug damit nähergebracht habt auf so verschiedenen Wegen und in verschiedenen Arten. Und Farras, ich finde voll schön, dass du mit uns geteilt hast, auch deine Gedanken dazu, auch vielleicht Unsicherheiten. Es ist toll, das so mal zu hören von dir. Ja, prima. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. 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 Danke.